Yo, meine lieben Inder, willkommen zu einem synchronen zweiten Teil des Fights. Das ist nochmal schön, oder? Hat er zwar jetzt ungefähr so eine Stunde encoded mit richtigen Einstellungen und allem. Da habe ich nämlich gestern auch nochmal was verkackt, aber egal. Und jetzt läuft der Hase auf jeden Fall. Das Ding ist halt natürlich, ich müsste jetzt theoretisch nicht unbedingt encoden. Ich könnte jetzt halt auch sagen, okay, scheiß auf Shadowplay, ich nehme jetzt wieder mit OBS auf oder so. Aber ich finde Shadowplay eigentlich ganz schön. Deswegen möchte ich heute auch mal mit Shadowplay streamen. Das Ding ist ja nämlich, dass die Ausgabedatei an sich ja auch super funktioniert und auch super synchron ist. Aber nur halt Premiere, da drauf nicht klarkommt. Also irgendeine der beiden Seiten müsste das Ganze fixen. Entweder Shadowplay mit richtigen 30 FPS arbeiten und einer konstanten Framerate. Oder halt Adobe diese 29,34 aufnehmen. Naja gut, whatever. Genau, wenn wir schon beim Thema sind mit Shadowplay streamen. Heute um 19 Uhr auf twitch.tv slash ghostlikegaming wird mal wieder das Server-Event gestreamt. Und was das heute ist, seht ihr im Stream. Beziehungsweise da morgen in den Stream-Cuts wahrscheinlich. Naja, okay, whatever. Haut darin. Viel Spaß. Einer ist in der Base. Ich weiß nicht, ob es der... Einer ist wieder on Tour. Äh, die Turret ist jetzt angestellt. Jojo. Bin eh immer außer Range. Einer ist im Busch. Einer ist, glaube ich, bei der in Base, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Beide sind da. Ja, ich bin einer von denen. Ich sehe drei. Leckt es oder sieht hier alles straight gerade aus? Hallo! Es leckt. Wie geht's dir? Ich will hier kein Töten. Ich mach die ganze Zeit Zehe, weil ich es überhafte. Kein P-Töten. Ja, effektiv verliert man da sogar noch nicht mal was. Ein Glied kommt hier unter dem Bogen durch. Ist hier oben hinter mir, ja. Jetzt bin ich jetzt einfach mal gegenüber hin. Ich werde früh genug schießen, damit ich ihn noch wegsnipe, bevor er mich kriegt. Hier kann ich mich nicht hinsetzen. Das ist auch sehr intelligent. Ich bin noch in der Luft. Siehst du das? Hm, was? Lol. Also einer ist an der Base. Der andere eigentlich. Der andere läuft da irgendwo rum, ist beim Bronto. Und da ist noch jemand. Auch auf dem Beat. Auch bei denen an der Base. Ne. Hinter dir. In deiner Nähe zumindest. Du. Oder war da noch jemand anders? Ja, da war noch jemand anderes. Okay. Kannst du was? Ja, ich hatte gehofft, dass ich vielleicht den gräben kann. Ah ja, unter mir, unter mir. Hinter mir. Okay. Du hast mich nicht, keine Angst. Aber war es einfach über mir so? Du sagst mir so, ja, klar. Der ist hier oben bei seinem Haus. Das war ein Haus, war ich. Ne, der ist hier auch schon. Ich habe einen roten Peter erkannt. Nein, der ist an deren Base. Kommt wieder los. Genau neben dir. Über dir. Das bist du. Das ist... Ja, ich grabbe einfach 100 Jahre zu früh. Also. Kann man mal grad laden. Mach das. So intense, Alter. Richtig gut. Der ist hier. Ein Peter ist on fly. Einer ist zu mir unterwegs. Ja du Gangler, hab ich dich schon abgeschossen Der zweite bist du Ah der Helle ist auch wieder unterwegs Hab ihn Fällt Wow Im Piet wird Richtung Wasser gezogen Der liegt hier Er ist tot Ja er ist tot Miesgeburt alter Er hat eine richtige Isgeburt Vorsicht da kommt einer Kann ich auf landen Ich muss auf meinen Piet warten Der ist hier noch fest So jetzt Wuii Wie muss er gerade landen War ich fast dead alter, weil ich so lange gewartet habe War ich fast dead alter, weil ich so lange gewartet habe Falsche So gewundert warum ich immer mal abgesprungen bin Mein Piet da oben Ich voll am runterfallen schon Ist keiner ne, die müssen alle in der Base hin Wie der Bronto guckt, drinnen sind da das Safe Call rum Einer ist da hinten irgendwo hingeflogen hinter die Base Das ist ja Das ist ja Ich suchte ihn wieder mal Oh, irgendjemand fragt da gerade Habt ihr Prime Meat? Alter Während wir uns hier immer noch im Bett Okay, eh noch hier untenrum Dragon nebenbei Du? Ne, wahrscheinlich nicht Ne, wo bist du? Achso, ich bin hinter der Base Da wo wir vorhin den einen gegrosset haben mit dem roten Pete So, am Tor Jetzt läuft hier noch jemand rum Riese, sag schon wieder, Werner Ne, nehmen wir doch gleich mal mit hier Der rote Pete steht in der Base Ja, der rennt hier ein bisschen hin und her Brennen beide rum Beide im Haus Ne, nicht beide, aber einer Einer ist wieder auf dem Pete Beide sind wieder auf dem Pete Beide sind wieder hinter mir her Einer nur noch Keiner mehr Doch einer ist jetzt Rückseite am Meer Mit dem Fallschirm, dann müsste irgendwas noch mal arbeiten Sonst wenn es später zündet, fällt es einfach auf den Boden Gut Irgendwo ist hier so ein Faggot Habt ihr Prime Meat? Ne, aber vor allem so ein Faggot der die dann gelootet hat Den hätte ich eigentlich gerne noch getötet gerade Das, ne, ne Denke nicht Bin immer noch hinter der Base Ne, ne, beide, beide hinter mir, ja Wo bist du? Bin am See Plus Sehr hoch Gegenüber deren Base Auf diesem Einzelnen Stein Stein mit Baum? Ne, der ohne Baum Genau gegenüber Andere Flussseite Gerade hinzusetzen Ja Klappt Bist du? Ich hab gerade einen runtergegrappt Ah, fuck Sag doch was Ist wieder drauf Wo? Der Stein, wo du vorher mal gesniped hast Na da, ich seh euch Ich glaub ich kämpfen Ja, es sind jetzt alle drei Knauze Geh wir noch hier War knapp Er sagt nur Ghostlight Geh wir auf Gibt's Lande nochmal hier unten? Ja, ich sitz auch gerade Einer sitzt oben auf dem, wo wir saßen Wo hin Zusammen Auf dem Baum Da Star nicht mehr Ist auch wieder unterwegs Ja, der ist jetzt in deren Haus Suchen dich beide Sehr gut Ja, ich brauch unbedingt Starmina So Okay, wir Starmina ist voll Beide sind hinter mir Ich seh es Charge rein Jo Ich träg den einen voll auf Einmal rum Ich brauche euch auch kurz Starmina Ja, kackfrech hin Piste Wieder da Oh Leute, das bist du Boah O Ich Ja Okay Ich 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 Mann, lol, das war gar keine Nacht, wie mit Reiter oben draufst, Drive einfach und ein. Der ist so close to the fucking turrets. Einer fliegt da, einer ist Meeresseite, äh, ich bin da mehr, ich schwebe gerade ruhig, ok, dann war's das nicht, ich bin gerade über ihm drüber geflogen und hab einfach nichts gemacht, auch, wie denn, gehen. Weißt du was? Farsch mich doch, püssi. Hier ist ein Juwelin Parasaurus, ja, sehr süß. Geil. Hier geht's wieder auf den Berg drauf, noch in dem Haus, der. Bin oben drauf. Ja, da ist einer am Berg, kommt hoch. Wo? Da brauchst du mich gleich hinlaufen, ach. Hier ist ein zweiter. Ha, 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 da du hier unter den Beinen durch. Oh, nein. Geh langsam im Überblick, wo die sind denn. Da ist Nummer eins, aber das warst du und du wirst verfolgt. Da ist Nummer zwei. Hier keine drei? Du wirst du das sein. Ne, der eine bist du, Sücke. Da ist der andere auf dem anderen Berg. Jetzt sind wir alle drei, vier auf einem Fleck. Okay. Oh, Mann, mach mich ab jetzt halt hier. Da ist irgendwer gegrabt worden. Ich? Als ob der mich in die Turrets zieht. Ja, ich sag' dir, ist einer tot. Hier ist echt einer tot. Hier kam seine Bowler zurück. Als ob die mich ernsthaft in die Turrets gebracht haben und ich das easy überlebt hab' ohne einmal gehittet zu werden. Alter, die müssen unbedingt ihre Turrets umstellen. Die Turrets stehen ja mal richtig scheiße von denen. Oder die Turret. Wie auch immer. Wow, der ist über mir, Alter. Wie lange brauche ich denn, um diesen scheiß Parasaur zu killen? Wie lange brauche ich denn, um diesen scheiß Parasaur zu killen? Puh. Einer ist hier mit dem Pete unterwegs. Der andere läuft zu Fuß an der andere Gegend. Wo läuft der zu Fuß rum? Bei seiner Base. Der andere ist am Strand. Vielleicht krieg ich den. Du, dass der gerade über die Base geflogen ist? Ja, ja. Man kommt da durch, ohne einmal gehittet zu werden. Weil die haben noch eine Warning auf der Turret. Ja, da unten war gerade einer, wenn du den gesehen hast. Ja. Und hinterher. Auch dran. Ja, im Dunkeln wirst du gut munkeln oder was? Ja, Mulde sind auch im Dunkeln besonders gut. Ja. 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 Sitzt er da jetzt an seiner Base? Wie möglich? Dann nehme ich den. Ist gerade wieder los. Ja, ist gerade wieder los. Auf dem mittleren Berg also voll. Ist der. Ja. Wir müssen mal nach. Wir müssen mal nach. Wir müssen mal nach. am strand jetzt unter uns wie der strand mehr so arbeit ich nur mal alle waffen machen jetzt bin ich am strand da unter unserem strand damit er ist jetzt zwischen uns ist jetzt linke seite ja seite ist irgendwo unter uns am stein bis hinten dran er legt ja mal gar nicht seid ihr braucht infos immer noch am strand da wo du uns im endeffekt zuletzt gesehen hast ach scheiße dann seid ihr aus der random distance achtung drache was von drachen wo das ist glurak die friedvollen alles klar sind wir einmal nicht mit dem drachen da kommen die der ist aber low level kann ich wegsnipern yo snipe mal conzi da runter find ich mega lustig oder ich grab mal conzi von seinem drachen da fliegt conzi sein auftrag ipad zu werden ein peter in einer base was macht conzi da mit dem land der peter ja ich komme gerade hochgeflogen es kommt jetzt hoch ok wo und sie kommt wo und sie kommt wo und sie kommt nicht ich lande mal unter dir mit angefackelt her auf welcher seite ist denn er jetzt was brennt daher ja er ist gerade reingeflogen hat den beat angezündet ist das links von mir oder was ja ich werde mich da gerade mit dem einen typen du bist noch mal der dunkle der gerade gebrabt hat der andere verpiss dich weiter ist aus der horrende distanz da ist konzi wieder fackelt wieder ja ich versuche konzi zu holen brenne ja so viel feuerschauen hast du nicht oder am besten lässt ihn mal so einfach stillstehen ja genau mal hinlegen schade halt still du arschloch ich snipe dir den hirn weg alter er glaubt halt die piet gehören die pietz gehören zusammen als glaube ich ihn dann da runter wieder also hört mal auf konzi zu ficken aber jetzt wenn er so stillsteht ja ich will den permanent an der pressure setzen weil ich weiß der hat kaum stamina ja alter das ist bei national EU ok ich komme mal wieder zu dir ja ich komme mal ein bisschen euch entgegen wieder ist so ein schutz im licht des snipers ja warte dann bleibe ich da sitzen ohja ohloi ich fliege wieder zurück drachen ist instant da du das hier hier jetzt einer hat er ganz rappt drache fliegt richtung her alter auf einmal mischt sich da ein drache mit ein mamma mia pizzeria er versucht wahrscheinlich ähm zu testen wie schnell er mit dem drachen ist ich häng mich mal ran ein piet ist hinten dran das bist du ne ja ok die restlichen pietz eigentlich ah da ok irgendwann hat er keine stamina mehr ein piet gammelt an der base rum der rote ist weiß ich leider nicht also wo mich dabei gerade angezündet hat ja ist mir egal da macht er keinen schaden einer steht einfach so gammelig auf dem haus ja gut die lasse ich da aber in ruhe wenn sie lange nicht fliegen habe ich keinen bock die jetzt zu snipern oder knall ich ihn weg äh drache ist wieder äh lol alter wie schnell ist denn der auf einmal wo er ist jetzt leider immer noch nicht gut genug ah da läuft nur ein piet ist wieder von denen in der luft 3 piet sind von denen in der luft alles ob ich den einfach nicht runtergewerpt kriege ey ich muss nicht aufpassen hier sind pietz in der luft auch abheben 3 pietz 3 pietz schon unterwegs ohne mich möglich wärs so ich hab den drachen wieder das ist halt krass er macht mir echt keinen schaden war halt nur fleisch sonst regenerier ich irgendwann nicht mehr dagegen so wo ist drache wo bist du komm ich dir entgegen weil ich bin gerade bei dem gate also bei dem halbfertigen gate ah da kommt der drache hoch drast ah ah sie bleibt mal anders sitzen ok apropos wo ist denn der und sie saß grad auf dem stein in der mitte also von deren base halt da ist dragon wieder beim see ok kuss ich brenne ja der macht kaum schaden der drache ja der macht kaum schaden der drache der hat mich gerade eingeschrieben bei teamspeak der hat mich gerade eingeschrieben bei teamspeak ok 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 ist klar wer ist ein phoenix überhaupt wahrscheinlich einer von denen wann ist raid zu ende hm hey ja keine Ahnung wir raiden die doch noch nicht mal ja wir ficken ja einfach nur ein bisschen rum Alter aber die haben verdammt gute Terranodans gerade auf dem rückweg weil ich Fleisch suche ja ich hab vor allem kacki gekillt das war echt sehr sehr gut ah ich hab hier ein äh riesenpferd war auch gut 145 kann dauern sind Bis zum nächsten Mal. 145, das Ding kriegt so langsam Blut, Alter, dass ich... Jetzt wirst du noch zum Veteran. Ja, und was hat jetzt Consi eigentlich damit zu tun gehabt? Ich auch nicht. Das Consi-Milli, was ist denn mit euch? Der denkt, dass es die Miliz bei denen angegriffen hat. Wow. Und ich wollte gerade bei Consi landen, um Starmina zu regenerieren. Auch keine gute Idee. Sehr gut. 145er Paracetamol. Dann kann ich ja mich totbeißen. Was ist, 145er Paracetamol? Ja. Ganz hart. Jetzt habe ich sie mit beiden zu tun. Ja, Moment, ich töte es noch gerade, dann bin ich wieder am Start. So, ein bisschen Fleisch. So, jetzt sollte ich genug Fleisch haben. Samina ist voll. Ich habe sie abgehängt. Bin ich überhaupt? Sieht eigentlich ganz so chill aus, wo ich hier gerade bin. Wo ich bin. Oh, Mamma mia. Ruine. Ruine. Alter, aber das ist, obwohl wir halt eigentlich nichts schaffen, das ist trotzdem mega geil. Ja, Mann. Ah, hier ist der Vulkan, äh, der Totenkopf. Die Läufe bin ich hier geflogen. Ich habe jetzt gerade fast geschafft, in der Base sie zu überraschen, aber ich habe natürlich mal wieder daneben geballert. Witz! Man, ich finde euch nicht mehr. Ihr wart am Fluss stehen da oben, Mann. Diezen Datschers? Witz'n间. Für die Zettchers? Für die Zettrichs? so ich bin da da ist ein piek hier muss man gar nichts um auf dem stein die beiden zwei stück jetzt runter war gar nichts wenn ich gegen die sonne kriegen ein vorteil ist weiter an der base ich war gerade mal ganz kurz an der base was ist hier unten ist das doch mal jemand anderes neu ich bin oben auf dem fels mit dem baum ja irgendwer läuft auch noch mit leder aus dem strand rum ok ja voll weit weg hinter dir ah oh nein pissig für mich oh leute ich hab übrigens da haben wir Probleme Also ey, okay, ich bin voll fucked. Okay, er hat's glücklicherweise selber verkackt. Ich kann die abfucken hier. Sorry. Nein! Falsche! Ja, fuck. Hinter dir, zieh dich. Zweifel ist ein Problem. Knall ihn ab. Hab's einen Peed? Ich bin Peed getötet. Okay, du lebst. Okay, ich setz dich mal hier oben. Entschuldigung. Wieder ein Tour, oder? Okay, danke. Jo. Er ist gerade so tief geflogen, da konnte ich ihn Peed holen. Ich hab jetzt nur Half-Life in Anführungsstrichen. Ich schätze mal, meine Schuhe sind absolut gerackt. Ja. Ja, das geht sogar. Ja, lass mal zur Base, ich müsste gleich weg. Okay. Reicht erst mal. Mamma mia, Pizzeria. Alter, aber das... Weißt du, so mag ich das. Die gehen halt richtig aggressiv drauf und nicht so im Sinne von Oh, ich flieg so, dass meine Turrets die abballern können, sondern so richtig schön einfach aggressiv. Und ich mein, klar, natürlich nützen sie so die Turrets ab und zu, wenn sie können, aber sie bleiben jetzt nicht einfach nur in der Base hocken und sagen, ho, ich hab einen Auto-Turret, der macht die schon weg. Find ich richtig geil. Also, Props an die Miliz, ähm, gut gekämpft. Respekt dafür. Ja. Ist halt echt so. Find ich schön feierbar. Durchaus. Hat Spaß gemacht. So, nachdem ich natürlich wieder keine Up-Mod habe, hab ich mir gedacht, mach ich es jetzt einfach so. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Wenn nicht, dann auch. Ähm, und, joa. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns heute im Stream. Synchronität. Haben wir jetzt auch endlich am Schlüssel. Läuft. Also dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.